So, Episode 7 steht an. Wie viele Episoden wir auch immer brauchen. Wie schon sagte, in der letzten Folge haben wir ja Zoe gerettet, mussten uns dafür selber aufopfern, aber ich denke mal, der Preis war es wert. Naja, kommt auf die Ansichtssache. Es ist immer schon eine Ansichtssache, ne? Auch Zoes Blick hat sich das wahrscheinlich gelohnt, weil sie es überlebt hat aus unserem Blick. Hat sich das wahrscheinlich auch gelohnt, weil wir wissen, dass wir was Gutes getan haben. Aber im Nachhinein, ja, mal gucken, vielleicht ist auch was dabei rumgekommen. Vor allem bin ich jetzt mal gespannt. Das ist natürlich eine interessante Situation, weil wir hatten ja beim letzten Mal, ich glaube, 47% oder 48% schon Zustimmung für Floris, also für unsere Kandidaten, für unsere Wunschkandidatin. Und es kann natürlich dann sein, dass wir jetzt schon über 50% oder genau 50% kriegen. Das heißt, die absolute Mehrheit. Und dann schwenkt es so langsam um. Ich bin mal sehr gespannt, aber ich würde mal sagen, wir starten einfach mal ganz kaum. So, mal schon länger starten. Hallo, Sonja Sanchez hier. Willkommen zu der Sonja Show. Boominister. Boominister. Die Mauer Ja? Mmh She's not kidding her She's not kidding her She's not kidding her Nun, wir schauen uns die nächsten Wahlkandidaten. Es sieht aus, Tyrak ist noch der Wahlkandidaten. Als wir die Wahlkandidaten an, mehr und mehr Proteste entstehen in unserem Land. Nicht die Verwaltungen, wähle für Tyrak. Wie Sie wissen, die Sonja-Show ist sehr beschäftigt mit unseren Jugendlichen, die mysteriössig erscheinen. Lass uns heute den Missing-Teen-Report sehen. Missing-Teen-Report. Wenn Sie keine Informationen haben, bitte kenne die Sonja-Hotline. Ich finde mal die Dame hier. Alter 17, Geld 2 Dollar. Machen wir. Trampen, trampen, trampen. Auf geht's. Und das war die Sonja-Show. Die schießen auf Kids von der Grenze. Na, so drei Episoden macht schon noch Sinn, ne? Ich denke mal, wir könnten jetzt Alex durchspielen. Vielleicht Jon noch. Fanny ist auch möglich. Na, mal gucken. Hä, über 30 Prozent? Weiß ich nicht. Sind wahrscheinlich noch ein bisschen knapp. Ich glaube, da werden es doch eher noch vier Episoden sein. Ach, es ist Sonja-Show. Meet your Star. Ich dachte, Adam, du bist so dumm. Was? Er sollte dieses Gesicht sehen. Anywho. Sicher, du willst nicht einen schönen, tiefen Trinken? Ich bin mir sicher, aber danke. Ich will nicht trinken. Hier bist du in einer Limo mit Petrius' Nummer 1 Celebrity. Und du willst keine Party? Weird. Aber ich verstehe. Ich verstehe. Wovon reden Sie? Das ist korrekt. Du bist eine der schwarze Brigaden. Ich mag sie. Ich mag sie. Schwarze Brigaden. Ich bin bei den Brigaden. Schwarze Brigaden. Die Leute, die den Terrorist-Attacken auf der Wall. In 86. Nein. Natürlich nicht. Wie. Okay. Warum bist du denn nicht? Warum magst du dich nicht? Oh. Okay. Okay. Was ist das Schmerz hier? Oh. 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 It's too lange. Es ist schonbarnative an das Mädchen. Lola.. hasst G Trainings. Lola.. lola war das nicht die tochter von jared im taxifahrer das oder würde hieß dem was mit zehn von ihm hat das nicht war das jetzt koni oder lola da war lola das muss ich nun als sollten sie das zee trinken vielleicht sollten ja ein bisschen langsamer machen vielleicht sollten sie ein therapeuten rufen moment wirklich das habe ich eigentlich nicht gesagt sie haben mich so mein gott sind so betrunken thank you sonja mit cool okay wollen wir erst mal was essen das prinzip ja oder wie mache ich das hier musik anmachen ist auf play drücken oder nicht spiel spiel ich bin mir sicher was war denn in dem dringend scheiße ich bin im falschen fahrzeug ich fühle mich irgendwie komisch wann hat die limo angefangen sie zu drehen was anderes machen zurück um zu interagieren rechter träger auch so ok 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 die spiele nehmen das ist so krank Ich denke, dass ich ihn als deinen spirituellen Gott kenne. Okay. Das ist, was ein Zuck fühlt sich an. Wo ist hin? Ist klar. Ist klar, ist klar. Was haben wir wieder genommen? Bestoff. Achso, wir müssen mal warten, bis der Kreis sich überlappt, ne? Wir haben ihn, glaube ich, mal zu früh gedrückt. Oh, aber ich liebe es. Da müsste er im Takt bleiben. Oh nein! Die Schmerz! Sie kommt! Ach, das ist Lola wahrscheinlich hier rechts hier. Ach guck mal, den kennen wir doch. Ach so, deswegen will Jared sie killen. Weil er, weil... Weil sie... Weil er denkt, dass das, dass das, äh, sie... Weil sie denkt, äh, ne, weil er denkt, dass das, dass das, äh, Sonja Lola umgebracht hat. Eigentlich umgebracht, aber ihr nicht golfen wollt. Die Schmerz! Die Schmerz! Da würde natürlich den Schuh draus. Oh, tja, ist klar. Ach, das Kotzen durften wir nicht zeigen. Die sind gut, Sonja. Offensichtlich nicht. Und Sonja musste nur den Schmerz rausnehmen. Alles besser jetzt. By the way, vielleicht hast du einige Fragen über den Weg zu sein? Du kannst mich fragen. Ich bin wie ein öfteres Buch. Okay. Wissen Sie irgendwas über den Teenager, der gestorben ist? Ja. Ich weiß, die Brigaden sind irgendwie hinter uns. Ja, nein, nein. Ah, das wird Turok noch zum Verhängnis werden. Machen wir mal das. Bitte! Er hat einen Strangelholt an diesem Land. Warte. Was war ich vor allem alles? Ich? Ja, sie? Nein, ich habe nicht. Na klar. Welche Mädchen? Ich bin sorry, aber du musst jetzt aus meiner Limo rauskommen. Ich will auch nicht hier sein. Aha. Okay. Aber jetzt nicht ein Wort, bevor ich dich ausrufe. Ja, kein Problem. Was? Was? Ja, da ist Lola. Da ist Lola auf jeden Fall die Tochter von Jared. Und Jared will sie deswegen umlegen. Um sie zu rechnen. Aber ich glaube nicht, dass Sonja, da muss man auch ganz klar sagen, ich glaube nicht, dass Sonja da eine Schuld trifft. Sie war einfach als Reporterin vor Ort und ja, was hätte sie machen sollen? So, wir sind jetzt auch bei Sonja auf 86%. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch eine Mission nötig sein. Bei Jared brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Vielleicht ist er sogar der finale Charakter. Da müssen wir mal gucken. Warten ist ab. Und da sind wir wieder. Bei Big Bear Rest Stop. Das ist aber nicht das kleine Motel, wo wir gewesen sind mit Fanny, ne? Nee, das muss das anders sein. Too young to die. Zu jung, um zu sterben. Man fällt mir mal so ein, also so. Diese Tanke, wo wir in meiner Demo gewesen sind, da sind wir auch noch nicht vorbeigekommen, ne? Ach, John. Hey, John, schreien so. Ja, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Das ist nicht seine Möhre hier, mit dem B drauf. Du sagst mir, du kommst. Du hast den Kind in danger. Mal schauen wir erstmal weiter. Vielleicht finden wir hier noch was praktisches. Überall Brigaden hier. Schloss knacken. So, das ist üblich. Hier ist mal schön beklauen, alle Leute. Ja. Da ist noch nichts drin. Da ist Autoschlüssel. Sehr gut. Liebe Marilyn, ich hasse es, von Brigade Abschaum ausgenutzt zu werden. Als Patriot will ich die Hotline anrufen. Das ist meine Pflicht, aber ich habe Angst davor, was sie mir, dir oder unserer Süßen... Was? Ruta Bega antun. Ruta Bega antun werden, wenn ich das tue. Oh, wie sehr wünsche ich. Ich wäre ein stärkerer Mann. Wie sehr wünschte ich, ich wäre mehr wie Tyrek. Mit freundlichen Grüßen, Randolf. Ah, ganz tolle Namen. Randolf. Darf ich das nicht gleich? Was? Call the Anti Black Brigade. Packen. Call eingeben. Packen. Packen. Papier nehmen, Geld nehmen. Ich nehme beides. Wie das Papier auch immer gewesen ist. Papier aufhalten. Achso. Wir möchten dich hier mit in Kenntnis setzen, dass dein Geschäft nun von den Brigaden übernommen wird. Wir wissen, wo du, Marilyn, und dein Hund, Ruta Bega... Achso. Sein Hund. Übrigens ein süßer Name. Äh, wohnen. Also tu nichts, was du bereuen könntest. R. Naja. Naja, das meinen ihr nicht ernst. Die würden dem Hund ja nicht wirklich was tun. Das ist ja nur so ein bisschen eine Finde, um ihn so ein bisschen, ne? So. So, wir haben Autoschlüsse. Wir können uns eigentlich verpieseln. So. Mal gucken, was John sagt. Was? Jörg nicht. Jörg nicht. Jörg nicht. Jörg nicht. Jörg nicht. Was willst du, Junge? Wenn du Essen willst... Entschuldigung. Jörg nicht. Nur Fahrer werden hier mit ihr eitern. Hm. Auf dem Weg zur Mauer. Der Typ beim Telefon. Das ist Big John. Hm. Ich habe etwas über ihn gehört. Schade Dinge. Ah, zwielichtige Sachen. Okay. Actually, yeah. Backup Security für Tyrek. To ensure it's victory. You know what I mean? Now get out of here before I call the cops. Na, ruf die Bullen noch, du... Nacken. Und du musst auch einfach was einkaufen. Ach, scheiße. Das fehlt natürlich wieder mal... Natürlich fehlt wieder mal... Äh, äh... Dingens. Sag schon. Äh, die Karte. Musst du Schlüssel stehlen? Oh, Schlüssel. Die Frage ist nur, ob wir hier vielleicht irgendwo noch eine Kreditkarte finden. Äh, vielleicht... Darin habe ich jetzt keine gesehen. Ja, mal gucken. Aber ich glaube, ich hatte keine Kreditkarte gesehen hier. So spontan. Ich seh hier auch nix auf dem Map gesehen. Ja, auch nix dran. Wenn John nicht gleich mal so ein bisschen... zu Potte kommt, dann fahr ich weiter. Alles geil. Ich habe mir so viel Zeit. Wiesli-Riegel, Softdrink, Wasser, Getränkedose. Na gut, wir haben 25 Dollar. Ja, ich möchte jetzt... Äh... Äh... Wasser, Softdrink, Müsli... Nimm mal einen Potzen, Müsli-Riegel mit. Und ein Wasser. Vorsichtshalber. Oh, da ist ja noch ein, mit dem er quatschen kann. Ah, die Wahlen sind bald. Ist der Typ am Telefon. Meinst du das ernst? So. Das war schon ein Dialog. Wir können noch ein bisschen was aussuchen, aber nein. Nein. Und wie müssen wir den noch... Er denkt das... Hör auf mich, Robert. Du hast ein Kind, um dir eine Bombe zu machen. Bist du dumm? Wenn irgendwas zu ihm passiert, dann komme ich für dich. Entschuldigung? John ist nicht gut drauf. Kind, das ist ich. Können wir sprechen? Nein, nein. Hör auf, bitte. Du willst das nicht machen. Ich weiß, was ich dir versuchte. Aber du kannst das nicht machen. Bitte, hör auf! Hallo? Hallo? Oh, Gott, verdammt! Oh, Gott! Was schaust du? Oh, Gott! Hau uns auf die Fresse. Pass auf! Noch nicht. Na gut, dann halten wir uns mal ein bisschen mit John, würde ich sagen. Dann fahren wir weiter. Youngblood. Komm hier. Sitze. Bitte. Bitte. Na gut. Wenn du mich so nett fragst. Hör auf. Entschuldigung, dass ich dich vorhin fuhr. Ich war einfach... Ich war einfach... Ich war auf mich selbst. Anyway... Ich fühle mich besser, jetzt, dass ich ein bisschen was zu essen habe. Na. Das freut mich, dass es dir besser geht an die Kleinigkeit. Wütend auf die selbst. Na gut. Wenn ich emotional bin, ich esse. Was kann ich sagen? Komm mal, Youngblood. Lass uns ein bisschen Chat haben. Okay. Hast du von dem Kind gehört, dass er in einer Mauer gestorben ist? Das sind wir wahrscheinlich in der letzten Runde gewesen. Hm. Das macht mich verrückt, die sagen, die Brigaden haben es gemacht. Und was über dich? Was denkst du? Hm. Ich wünsche, dass ich 100% aufgeregt hätte. Aber ich habe viele Politiker gesehen, die kommen und gehen. Hey. Ich habe all das Essen. Echt was. Ah, toll. Jetzt haben wir uns vorhin erstmal was reingedrückt. Nee, danke. Na gut. Krieg uns doch eh nix. Ich habe eine Idee. Warum gehst du auf ein paar Zs in meinem Rig? Ähm. Du bist nicht wirklich. Aber du kannst. Du hast meine Worte. Okay. Das heißt, wir hätten so oder so nicht Nein drücken können. Das ist natürlich die Frage. Bleiben wir jetzt in dem LKW drin? Versuchen so wie die Grenze zu kommen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist auch gar nicht Fakt oder? Ich glaube es ist einfach nur bei dem LKW, sondern der ist ein Pepio. Sorry for that wake you like this. How did you sleep? Ja, ganz gut eigentlich. Ja, doch. glatt hier mal rüber ich will ein screenshot von dem machen los komm mal rüber auskommeln rüber gucken los kommen was haben wir denn hier ein paar schicke fotos das rober die seger ach das war das war das bild man nicht das hat mir auch schon mal irgendwo gesehen ich weiß nicht was das bedeuten soll weil es ist eine leitplanke oder so beim fahren dass ich meine leitplanke sondern das ist von der seite von das ist ein bisschen wie ich mit dem 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 ich ich bin mir angespannt zu sein was ein versprechen warum hast du es gebrochen was war das versprechen ja ich möchte helfen ich schätze ich kann es versuchen ich habe dir gesagt, ich will nicht sprechen ich bin nicht John jemand, der John kennt ja ist er ist immer ehrlich wenn wir kurz reden ich will nicht, dass Menschen verletzt werden ich sehe, hat er dir gesagt, was ich für Robert gemacht habe? schau, ich sehe nicht, wo diese Diskussion geht ich bin jetzt auf bitte, nicht los, junger Junge warum? du bist schlau, du weißt, dass eine Bombe töten kann siehst du nicht, dass Robert dich ausnutzt ja, natürlich aber manchmal müssen die Leute verletzen, um eine gute Grunde zu sein ja, was soll eine Bombe legen? du hast so viel Potenzial, Alex ja, ein Tag werde ich meine eigene Firma starten das ist ich, Junge nicht, mach es nicht du willst nicht Blut auf deinen Händen glaub ich, ich weiß ich will nur Informationen auf meine Eltern niemand wird mir nichts sagen aber höre dir an, was John zu sagen hat ich weiß nicht, wo zu beginnen ich frage mir ihren Namen an Naomi und Steven, das waren deine Eltern Naomi und Steven? das funktioniert, mach weiter was du gemacht hast, das hat mich verletzt, John wir hatten ein Problem, ich vertraute dir ich weiß, ich bin sorry, junger bitte, entschuldige mich ich will mehr wissen aber nicht so wie das können wir uns bald wieder treffen? und du erzählst mir alles, was du kennst? okay, bye, John see you soon, kid Alex wird die Bombe nicht bauen sehr schön, gute Entscheidung, würde ich sagen perfekt ist auch super danke, junger Blut er ist jetzt sicher, dank dir kein Problem und wieder ein Leben gerettet hoff ich wenn es nicht nochmal zum großen Finale kommt wo es nochmal richtig rumst wer weiß das schon wie sagt, jetzt hat er uns hier stehen lassen, wa? na, da bist du aber auch einer ist einfach weitergefahren, das Sack du willst immer noch nichts erzählen du stehst immer noch rum hast du wahrscheinlich schon eingeschifft weil du hier schon seit Stunden stehst naja wie du willst ich denke mal, auch mit Jared haben wir bis jetzt noch nicht so viel Kontakt gehabt weil wir immer mit Autos gefahren sind und ehemalig mit Taxi ich schätze mal, da wären wir vielleicht ein bisschen weitergekommen aber vielleicht ist es ja auch optional weiß man nicht aber wir fahren mit dem Auto Auto ist immer angenehmer, immer Hauptsache, dass wir nicht zum Ereignis sind